Bayerns Lazarett lichtet sich. Vor dem Bundesliga-Hit gegen Borussia Dortmund wird der Trainingsplatz des Rekordmeisters wieder voller. Mit Franck Ribéry und Jérôme Boateng haben zwei zuletzt verletzte Stars des FC Bayern am Montag wieder am Mannschaftstraining teilnehmen können. Boateng laborierte an Knieproblemen, Ribéry hatte einen Muskelfaserriss erlitten. Während der Einsatz von Boateng und Ribéry am Samstag in Dortmund noch offen ist, erhielt Arjen Robben grünes Licht. Bei einer Untersuchung des 32-Jährigen wurde nach Angaben der Bayern keine gravierende Verletzung aus dem Länderspiel festgestellt. Javi Martínez trainierte nach einer Muskelverletzung individuell auf einem Nebenplatz.